Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trine 2! Hier in Folge 39 ist nun wirklich nur noch der Ritter übrig. Versucht den nächsten Checkpoint zu finden und das reicht auch schon als Anmoderation. So Leute, wo ist der denn jetzt? Was soll ich machen? Nicht runterfallen. Soll ich die Fiolen einsammeln oder soll ich erstmal weiter... Also wenn du sie eins... wenn du es schaffst dann, mach das. Mal ganz kurz überlegen, ob ich irgendwelche Tools habe. Ja genau. Kann ich irgendwas machen hier? Da oben links ist noch einer. Auf dem Dach wieder. Da waren doch noch welche. Ich weiß schon, wer die gleich holt, ich nicht. Ich probiere das noch einmal ganz kurz. Da gibt es bestimmt noch so ein Umlenkteil. Ja, sonst hau mit dem Hammer gegen den Eimer und dann, wenn er schwingt... Ja, auch gute Idee. Kannst du ihn jetzt werfen, den Hammer? Von da oben? Ja, wirf ihn einfach erstmal so und dann... Nee, geht nicht. Steig auf den Luftstrom. Sicher? Hm? Ja, er wechselt automatisch zum Schwert. Alles klar. Aber macht nichts. Dann von hier unten. So, jetzt. Nice. Jetzt holt ich da einmal ab. Ah shit. Moment. Hast du, hast du... Mist. Aber er schwingt noch eine ganze Weile, glaube ich. Gar kein Problem. Jawohl. Jawohl. Sehr gut. Okay. Und Checkpoint, kommt schon. Und Checkpoint. Ist da so oben einer? Oder nur eine Laterne? Nee, nee, das ist nur eine Laterne. Ja, spring mal hoch. Mist. Spring mal ein bisschen rücksichtslos und läuft einfach weiter. Ja, lauft weiter. Irgendwo muss ich... Hä? Was ist denn da? Ich weiß nicht, ich kann nicht weiter laufen. Oh nein. Da ist ein Checkpoint. Aber kommen wir da jetzt noch hoch? Wah! Nein! Fett der Kobold. Mist. Der schießt mit Bomben. Gar nichts schießt der. Oh. Level aufsteht. Schon wieder ein Level? Könnten jetzt nach links laufen. Oh, geht's? Oh, geht's immer noch. Ja. Ja, dann nach links. Weiter geht's. Wir wollen natürlich hier nichts. Kann man da hochgehen, ne? schaffen wir nicht mehr unsere gemeinsame kraft ja los sie an meinte erst mal das team und schmeißt und wien da hier hoch hält können wir auch machen das feld mal weg los geht das ding ist das war eine rutschpartie mit der weg hierher gekommen ich weiß nicht ob wir die zurück können die ist ja also die plattform die so rutschig war ist ja zerbrochen doch nicht ich bin ich glaube ich bin ich oh jetzt bin ich tot braucht ihr mich ja doch wissen und magnetisierungen wir brauchen dich leider ok magnetisieren und hoch so stark ist die magnetisierung so jetzt sieht es gut aus los geht's und hoch ein sprung nach dem ok stehen bleiben und team läuft nach rechts vielleicht sparen wir bei timo nach ich bin da hier unten ist warte mal geh mal weg timo ja du auch alex hier kann ich was bewegen ja das können wir noch benutzen ist aus holz hier ist wasser dann immer kurz dreimal nice feuer wer sehr schön ja wunderbar weiter geht's nach links durch hier haben wir noch was aus holz gehabt da kannst du dich sicherlich dran festhagen wo ist denn der ausgang ach hier recht kannst du schon festhaken wenn nicht dann kann ich es bestimmt mehr kritisieren komm her kannst du vielleicht das ist auch plastik kiste sehr modernes mittel so kiste auf dem eimer gelandet nicht schlecht unten geht es nur einfach durch das ziemlich viel feuer johann löscht das moment tu was johann einfach auch entfernen kannst du kannst du kein wasser das kann johann auch holen hast du dir sicher dass ich dich ja wir beide können alles wohl ja das stimmt aber ich bräuchte hier müsste glaube ich was gesprengt werden das kann timo ja soll ich runter ja komm mal hier wo ist der und hier geht's lang nicht nach rechts laufen dann genau okay was soll ich machen so versuche mal das hier kaputt irgendwie zu hauen ich glaube ich weiß wie man da runter kommt na ich könnte mich daran haken unten an die bretter glaube ich nicht oder ich sehe da keinen eingang irgendwie da wo ich gestorben bin ist der eingang einfach hier nach rechts aber stirbst du da nicht wenn du zu nah dran kommst an die flammen weiß ich nicht ich glaube schon das ist viel zu nah irgendwie aber wie soll man sonst an die planken kommen okay lass uns noch mal außer den dreien da unten alles holen ja und dann gut also hier oben ja oben links ist noch mal was okay okay du kiste machen wir das von hier oder vom eimer aus macht ihr das vom eimer aus das okay das ist eine herausforderung nicht auf hochschlagern ach so meintest du nicht dass wir beide jetzt hier drauf stehen und dann doch auf den eimer los und jetzt kiste und magnetisieren und dann habt ihr doch die perfekte ausgangsposition okay warte ich muss erstmal den eimer hier anhalten nein nein der soll schon schwingen nein das funktioniert nicht Timo halte den schild nach oben das funktioniert super und magnetisier das teil jetzt schwing mal nach links jetzt halt die mal ein bisschen genau weiter nach oben nach oben zielen ok glaubst du es gut so ich weiß es nicht versuchen wir es wir sehen auch nichts ja ich sehe absolut gar nichts perfekt sehr gut das war's dream team jeden fall dann holen wir jetzt Alex wieder und dann holt er die da unten und dann ist gut los geht's du auf den eimer nochmal oder so ne ja machen wir das so machen wir das einfach mal ganz locker so alles klar hopp Alex wir holen dich wieder ja so einmal magnetisieren bitte los jo schick uns geht das ja ja also er ist da komm hoch johann es ist herrlich nein komm 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 drück auf start komm komm jetzt ist es schon zu verdammt du warst zu langsam los bitte nehmen sie ihre position ein und legen sie die sicherheitsgurte an nicht lang reden fliegen okay ja also okay dann soll jetzt nicht sterben er dann erzähl mal wie du das was du da gesehen hast also wenn du jetzt eine kiste da oder eine planke da unten hin baust oh ne das sollte ein stück tiefer noch mal eine planke ja moment muss nicht so lang sein ja ich versuche mal hin so ungefähr genau dann tiefer okay so okay und jetzt wie krieg ich das muss man glaube ich noch aufsprengen ist gleich gar das macht nix ich bin in einer planke zieh die nicht runter mach die mal hoch kommst du da kannst du die planke zerstören und dann eine neue holen so jetzt okay stell die planke noch mal hin okay schwebt die so na gut na mit ach und krach ne tada ohne schaden ich nehme es aber wenn es schon da ist ja das wär's moment hau ab du komisches feld ohne ein blanke weg das ist gut nicht links oben noch das haben wir schon alles geholt okay habe ich verpasst ja das war episch dann gucke ich mir dann an der folge raus ist so aufstieg wie viel haben wir zwei ich rutsche schon wieder runter sorry ich will mein schild haben womit ich schweben ja erst mal fertig erst mal magnetisierung für mich oder was denn was willst du machen wohin willst du so ja weiter geht es eigentlich was haben wir denn hier so da müssen wir gar nicht hoch springen eine kiste und da ist noch eine fiole ja spring mal das spring das auch meine lieblings kiste oh nein ein geheimnis hoffen wir können schwimmen kommt her moment so läuft das halt wenn das kind in den brunnen fällt das sieht aber auch so als ob es hier weitergehen geht man nach links damit ich nachs bauen ja timo kommt danke wir müssen wieder nach oben hier geht es weiter ich glaube schon was wir hier würden wir runter rutschen dann verdammt das sollte darauf gesprengt das ist auch noch eine fiole ja die wollte ich gerade aufsprengen achso die schwimmt auch wieso achso gut gut jetzt fällt nur sehr langsam schon verstanden ok warte was machst du da wir müssen wieder nach oben aber wie kommen wir denn nach oben wir müssen versuchen irgendwie nach oben zu kommen ok ich bin oben also wirklich ok gut Timo drück auf start verdammt video auf start drück auf start mach mal nein tada nein Timo mach dich weg nein komm schon Kamera nach links oben ja 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 es ist so geschummelt nein das ist doch nicht wahr jetzt jetzt können wir es vergessen mit dem vier und wieder war wieso da waren noch vier kommt hoch hier das ist rutschig nein das lassen wir wir gehen einfach noch mal lang die holen wir einfach später wir verpassen sowieso ständig violen sollten wir nicht erst nach margret suchen ehe wir die kobolde verjagen hier ist wohl schon auf sich auf sie spalt einfach feuer auf jeden wer sie auch nur falsch anblick das stimmt kümmern wir uns erst um die kobolde hier äh weiter nochmal du anrufest du ich bin hier schieß ich schieß dagegen deinen Pfeil krass das ist ja praktisch zu tun Digga was mach wieso wechselst du auf Explosivpfeile er wechselt automatisch auf Explosivpfeile nachdem man geschossen hat ach sooo ok alle springen so aber hier unten müssen wir noch irgendwie hämmern aber unten da könnte noch was sein hinter diesen hier das kann ich nicht sprengen ich auch nicht gibt es ein Explosivpass aber unter Wasser funktioniert das ja nicht stimmt ja dann nicht warte ich versuch was geht mal es schwimmt mal noch eine Runde auch hier sehe ich oh ja das ist gut jetzt schwimm da weg ach so da geht es nochmal hin genau icy da könnte was sein ein bisschen Angst dass uns die Luft ausgeht quatsch ich habe Angst dass wir von einem Aal gefressen werden oh ja Aale in Brunsch oh da sind welche ah ne Räder komm rüber schnell oh ich bin tot oh das ist schwierig ach du schade jetzt denkt dran ihr habt nicht so viel Zeit ja jawoll nice oh das wird knapp das wird knapp hey jetzt sind wir wieder zurück nein und geschafft das ist ein secret nice cool oben sind noch Violen rechts und links machen wir gleich ein Gemälde ach wieso das ist immer der Zauberer oh Moment so hammer time hammer time nach oben sehr gut hammer time hier auch mal hier okay bevor alles zusammenbricht verkrümelt euch lieber nein hier wird dich nicht verkrümelt schick mich mal hoch da ist doch die Decke vielleicht ist es dann auch was brauchst du? mal gucken mal gucken los ja tatsächlich nichts mehr zu holen gut dann müssen wir wieder hier durch uh uh ich schwimme oben hehehehe gute Idee ist die Wahrscheinlichkeit geringer dass du getroffen wirst ja Leuchtpilze sind hier auch unter Wasser ist ja Wahnsinn hm tatsächlich nice 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 und checkpoint hier unten sind auch noch Violen ja aber wie kriegt man das auch versuch mal dagegen zu werfen von hier oder so aber wenn du ein Explosiv fasst dann stimmt einzuwerfen ja aber das geht unter Wasser nicht ja du musst den Hammer werfen ja den Hammer werfen kannst du den so ins Wasser werfen kann ich probieren so in die Richtung oh ja es geht nice ja gut dann hau mal drauf geht gleich wieder der Hammer muss zurückkehren oder versuch mal das zu magnetisieren ne wirf mal drauf ja komm hau drauf jawoll also und wieder Level Aufstieg willst du was kaufen Johan dein Magnetisierungsding achso haben wir schon 4 äh noch nicht 3 verdammt oder warte ist das vielleicht ne brauche ich 4 ist die Kiste für 3 mit den Kobolden einsperren ich glaub schon ich glaub schon dann hol dir das mal na quatsch kannst du das später wieder verkaufen zum Austesten halt ja gut das ist ich hab mir irgendwas übrig was du nicht brauchst oder so ne bis jetzt eigentlich brauche ich alles er ist gierig ich bin so gegen sowas au da ist was ouch wir bauten da wieder Sachen vor gut wow so viele hier nein 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 nicht weg gut ich will auch hoch mit dem Wacker äh machen wir hier so ein Feld wieder hin ah ja mit der Kiste mach mal ne Planke dann kann man so surfen das ist eine gute Idee ja shit 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 ich komm nicht hoch ich muss tiefer mit der Planke ich muss sie unter uns tiefer unter uns springen erst unten lassen so ja aber ich kann sie dann nicht kontrollieren wenn hier draufstehen macht nichts wir springen erstmal so hoch und jetzt die Planke unter uns ok das ist das ist ein Plan ok da runter Alex was denn geh von der Planke runter achso so gut dann mach ich erstmal alles weg und dann stellt euch mal auf den Strahl das Feld muss mal weg sehr schön achso jetzt geht das aber nicht so gut und hopp wir müssen sowieso nach oben aber vorher sollten wir uns kurz ausruhen und uns vielleicht überlegen wie wir nach oben kommen eine gute Idee warum wollen wir denn überhaupt nach oben ich hab das noch nicht ich glaube da war noch was ok wir checken das in der Folgenpause mal aus und dann sehen wir uns gleich hier wieder oder morgen bis dahin tschüss